Widersprüchlichkeit, die wir heute jeden Tag erleben, zeigt uns eindeutig, wohin die Reise geht, nämlich in den Abgrund. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib bitte dran und falls du Maßnahmen ergreifen willst, dann sei dir mein Kurs empfohlen. Den Link findest du in der Videobeschreibung und ich blende den hier auch nochmal für dich ein. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael und auf diesem Kanal geht es um den Schutz deiner Ersparnisse vor Entwertung und Enteignung und heute möchte ich dich gerne durch ein paar Pressemeldungen mitnehmen oder die wir mit dir gemeinsam anschauen und versuchen dort so ein bisschen die Zusammenhänge herzustellen, wohin die Reise hier geht und damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und da sehen wir als allererstes eine Meldung der Tagesschau. US-Inflation auf höchstem Stand seit 1981. Ja, hier ist von 8,5 Prozent die Rede. So, und jetzt könntest du dich natürlich fragen, ja was interessiert mich die Inflationsrate in den USA? Ganz einfach, erstens mal ist der US-Dollar Weltleitwährung, das heißt der Euro ist auch an den US-Dollar angekoppelt und zweitens wissen wir, dass die Entwicklung in den USA der unsrigen immer einige Monate voraus ist. Und die US-Notenbank hat in den USA genauso wie die EZB massiv Geld in Umlauf gebracht. Die haben genauso wie hier so ein Ankaufprogramm für faule Anleihen. In den USA gibt es Unternehmen, die im Grunde schon, ja eigentlich schon pleite sind, aber sich über billige Kredite zu Nullzinsen über Wasser halten konnten. So, und jetzt haben wir natürlich in den USA die Ankündigung gehabt, dass ich glaube sechs Zinserhöhungen seitens der FED der US-Notenbank erfolgen sollen. Die erste Erhöhung war schon um 0,25 Prozent und weitere sollen folgen, um damit die Inflation zu bekämpfen. Ja und was da im Grunde dann passieren kann oder was höchstwahrscheinlich passieren wird, ist, dass als allererstes diese Zombie-Unternehmen, die sich jetzt mit Nullzinskrediten über Wasser gehalten haben, dann plötzlich für ihre Kredite Zinsen bezahlen müssen und ja das nicht packen, ja und in die Pleite gehen. Was wir in den USA auch beobachten ist, dass die Leute aufgrund der gestiegenen Preise, ja zurückhaltender beim Einkaufen werden. Ja, also der Konsum ging zurück und wenn jetzt Konsum zurückgeht, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ja, USA ist, die USA sind ein Staat, wo im Grunde nicht viel exportiert wird, sondern wo weitestgehend das, was produziert wird, im Land verbraucht wird und wenn dann die Verbraucher dort mit ihrem Konsum zurückhaltender werden, dann haben die Unternehmen natürlich weniger Einnahmen, haben weniger Gewinne, können im Grunde ja Lohnerhöhungen, da ist ja aufgrund der gestiegenen Preise gibt es ja die Forderung seitens der Menschen nach Lohnerhöhungen, das können sie im Grunde nicht leisten und das bedeutet, dass die Menschen weiter noch stärker verarmen werden. So und dann ist die Frage, wenn jetzt diese Zombie-Unternehmen umkippen, was wird die Regierung tun? Werden die einfach zuschauen oder werden die versuchen, mit Staatshilfen diese Unternehmen zu retten, wegen der Arbeitsplätze oder was auch immer und wenn sie das tun, dann haben sie im Grunde nur einen Weg und das ist wieder über Geld. Also wenn sie diese Unternehmen retten, dann bedeutet das, dass sie weiter ordentlich Dollars drucken und damit dieses Problem der Inflation natürlich weiter anheizen. Ja, denn diese Zinserhöhung ist zwar eine vernünftige Maßnahme, aber die Auswirkungen, die daraus entstehen, die kann man jetzt im Grunde noch gar nicht so richtig abschätzen. Das ganze System ist im Grunde an einem Punkt, wo man relativ alternativlos ist, ja und die ähnliche Situation haben wir in Europa. Wir haben eine EZB, die seit vielen Monaten unter Druck gesetzt wird, die Zinsen zu erhöhen, ja und kürzlich haben sie sich halt geäußert, dass sie das im Sommer dann tun werden. Ob sie das tun werden, werden wir sehen, weil es gab natürlich auch schon Ankündigungen, die dann nicht umgesetzt wurden, aber sei es drum, wir sitzen hier in der ersten Reihe und werden das dann sehen und dann haben wir in Europa eine ähnliche Situation. Ich gucke mal nach Deutschland. Wir haben im April 2022 7,4 Prozent offizielle Inflationsrate, also nach Warenkorb-Methode, der Warenkorb, der nicht auf deinen Haushalt zutrifft, wir erinnern uns und ich glaube in Europa liegt die auch schon bei um die sechs Prozent. Also wir haben hier im Grunde eine ähnliche Entwicklung wie in den USA. Wir haben auch hier die Problematik, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten über billige Kredite oder über billiges Geld finanziert werden. Wenn man sich mal die Maastricht-Kriterien anschaut, die für die Euro-Mitgliedschaft die Basis ist, da wird ja gesagt, dass man maximal 60 Prozent, also die Verschuldung maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts haben darf und da sind einfach schon die meisten drüber, sogar Deutschland ist da schon drüber und das bedeutet letzten Endes, dass eigentlich der Euro am Ende ist. Diese ganzen Staaten, die da drüber sind, müssten theoretisch aus dem Euro rausfliegen, aber der Euro ist halt nicht nur eine Währung, sondern er ist ein politisches System, was jetzt Koste ist, was es wolle aufrechterhalten werden soll und das wirkt sich natürlich auf die einzelnen Volkswirtschaften aus. Die italienische, die spanische, die griechische Volkswirtschaft funktioniert ja grundsätzlich völlig anders als die französische, deutsche, österreichische oder was auch immer Volkswirtschaft. Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten und früher hatte jedes Land seine eigene Währung und konnte dann entsprechend seiner Wirtschaftskraft diese Währung auf- oder abwerten und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist man im Grunde in einem Korsett des Euro gefangen und kann im Grunde nicht mehr agieren und das hat letzten Endes natürlich auch dazu geführt, dass Probleme bei manchen Staaten aufgekommen sind. Wir erinnern uns an Griechenland, an die Griechenland-Pleite, die jetzt mittlerweile ja auch schon eine ganze Weile her ist und wir erinnern uns daran, dass ein ESM gemacht wurde, also ein Rettungsschirm für Pleitestaaten und wir erinnern uns daran, dass Deutschland der größte Einzahler ist. Ja und wenn die europäische Zentralbank jetzt beispielsweise die Zinsen erhöht und die Staaten damit in die Pleite treiben sollten, dann sind wir natürlich in der ersten Reihe. Ich meine, wir hier in Deutschland zahlen sowieso schon die höchsten Abgaben europaweit und ja, das Thema Vermögensabgabe wird dann höchstwahrscheinlich noch aktueller werden, als es jetzt schon ist. Das ist ja jetzt mittlerweile schon in aller Munde, es wird ja im Grunde schon ein Narrativ gebildet, dass eine Vermögensabgabe wegen Corona-Impfungsnebenwirkungen gemacht werden soll. Dann soll eine Vermögensabgabe wegen Unterstützung der Ukraine gemacht werden und so weiter. Also Gründe gibt es viele und ja, wir werden mal sehen, wohin die Reise geht. So, was haben wir hier? Die Umfrage, mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland schränken Konsum bereits ein. Ja und das ist genau die Entwicklung, die wir in den USA haben. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Auch in den USA geht der Konsum zurück und dadurch kommt man halt in so eine Schleife, wo es eigentlich keine rausgibt. Der Unterschied hier in Deutschland ist, dass wir halt ein Exportland sind und dadurch trifft das jetzt die Wirtschaft nicht so stark wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Aber natürlich haben wir auch einheimische Produkte, die dann im Grunde weniger gekauft werden und wir dürfen gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Also positiv ist was anderes. So, dann haben wir hier den Herrn Kretschmann. Ja, ich finde es immer gut, wenn Politiker sich darüber äußern, wie wir uns zu verhalten haben und was für uns hinnehmbar ist. Und ich meine, diese Figuren, die sind alle in der finanziellen Vollversorgung. Ja, die werden von Steuergeldern bezahlt und das nicht schlecht. Und denen geht es einfach nicht so wie uns. Die haben ja teilweise völlig den Faden verloren und haben überhaupt keine Ahnung, wie es den Menschen hier geht. Das ist ihnen auch völlig egal. Das scheinen mir. Also er hält materielle Wohlstandseinbußen für hinnehmbar. Danke, Herr Kretschmann, für Ihre Meinung. Aber ich finde, es ist nicht hinnehmbar. Diese ganze Geschichte mit den Sanktionen geht dermaßen nach hinten los. Und ja, ich verstehe das nicht. Ja, man will im Grunde Russland schaden, verhängt Sanktionen. Aber diese Sanktionen treffen uns und fahren unsere Wirtschaft an die Wand. Ja, so und jetzt wird darüber gesprochen, dass wir im Winter mal frieren können, dass materielle Wohlstandseinbußen hinnehmbar sind. Ja, dass wir Solidarität üben müssen. Vor zwei Jahren war die Solidarität noch wegen der Seuche. Jetzt ist Solidarität wegen Ukraine. Wie viel Solidarität können wir verkraften? Das ist die Frage. Ja, denn letzten Endes kann nur jemand helfen, dem es selber gut geht. Und wenn unser Land gegen die Wand gefahren wird, dann brauchen wir Hilfe. So sieht das nämlich aus. So, ja, und der Ehrenaufsichtsratschef sagt schon, wie es läuft. Also, das ist ja so, dass wir das russische Gas nicht mehr haben wollen. Und damit haben wir die Perspektive für einen empfindlichen Gasengpass. Das wird hier mit einem Fragezeichen gemacht, aber ich würde da schon ein Ausrufezeichen dahinter machen. Und hier sehen wir, aha, okay, die Industrie soll dann Vorrang haben vor den Privathaushalten. Also das mit dem Frieren ist nicht nur ein Spruch, sondern darauf können wir uns schon mal einstellen und höchstwahrscheinlich nicht nur frieren, sondern eben auch auf heiß Wasser können wir verzichten, also kalt duschen und so weiter. Gut, soll ja gesund sein. Das Witzige bei der Sache ist aber das hier. Ich meine, es gibt ja im Grunde Verträge, die geschlossen wurden und Verträge muss man einhalten. Und Gazprom ist im Grunde der Partner, von dem das Erdgas bezogen wird. Und ja, man muss die Verträge einhalten, das heißt, man muss dafür bezahlen, aber weil wir Russland was auswischen wollen, nehmen wir das Gas einfach nicht mehr ab. Wir zahlen dafür, aber wir wollen das Gas nicht. Ganz geile Geschichte. Also können die Jungs von Gazprom das Gas noch mal woanders hin verkaufen und verdoppeln damit im Grunde ihren Gewinn. Und was das jetzt für eine Sanktion sein soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also vielleicht kann mir das mal einer von euch erklären. Ja, unten Kommentarfunktion. Bitte rege Nutzen. Erklärt mir mal, was das für einen Sinn haben soll. Das übersteigt meinen, ja, meinen Horizont. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal zum Thema Krieg. Wir haben hier, die EU-Mitgliedstaaten haben auch nach dem Embargo von 2014 Waffen nach Russland geliefert. Geschosse, Flugzeuge, Raketen, Torpedos, Bomben. Europäische Staaten haben nach dem Embargo von 2014 weiterhin Waffen nach Russland verkauft. Bis mindestens 2020 haben zehn Mitgliedstaaten Militärgüter im Wert von 346 Millionen Euro exportiert, zeigt eine Datenanalyse von Investigate Europe. Darunter auch Deutschland. Einige dieser Waffen könnten jetzt gegen die Ukraine im Einsatz sein. Ja, und das ist, ich nenne das immer gerne Doppelmoral, weil letzten Endes Waffenexporte, Waffen ist ein lukratives Geschäft. Man will Kohle verdienen, ist auch nichts daran auszusetzen. Aber jetzt versucht man natürlich, die Gegenseite zu unterstützen. Das gab es schon mal im Verlauf des Zweiten und Ersten Weltkriegs, dass da beide Seiten unterstützt wurden. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Der Punkt ist diese Scheinheiligkeit. Ja, denn letzten Endes wird im Grunde hier deutlich, dass es im Grunde völlig egal ist. Hauptsache man wird das zeuglos und Hauptsache man kann sich als Gutmensch darstellen. Und ja, ich finde es einfach fürchterlich. So, und was den Krieg betrifft, da wird ja die Information noch relativ einseitig verbreitet. Ja, ich will jetzt hier dieses Fass nicht weiter aufmachen und riskieren, dass ich hier gesperrt werde. Aber es gibt eine spannende Entwicklung. Und zwar hat ja kürzlich der Tesla-Chef Elon Musk den, also dieses soziale Netzwerk Twitter gekauft und hat vor, die Meinungsfreiheit dort wieder zu stärken und Zensur abzuschaffen. So, jetzt bin ich nicht unbedingt ein Fan von Herrn Musk, weil er, ich sag mal so, er ist halt auch ziemlich nah an China und China hat ja mit Meinungsfreiheit nicht so viel zu tun. Aber sei es drum, man erkennt eine riesige Diskussion. Ja, viele rennen rum wie aufgescheuchte Hühner. Und die neueste Entwicklung dazu ist das hier. Und zwar planen die Amerikaner eine Art Wahrheitsministerium, um letzten Endes ja Fake News zu unterdrücken. Ja, und Fake News sind natürlich die Informationen, die die Menschen nicht hören sollen. Und die wahren News sind die, die die Menschen hören sollen. Und das kannst du dir selber mal durchlesen. Ja, kannst es auch gerne mit der Übersetzungsfunktion ins Deutsch übersetzen. Aber das ist im Grunde eine Geschichte, die schon in Richtung einer Dystopie geht. Dazu kommt, dass wir jetzt in unserem Nachbarstaat Frankreich, da habe ich jetzt keinen Beitrag dazu, aber den findest du selber ganz schnell. Da wird jetzt der digitale Ausweis eingeführt. Die Franzosen sind, wie üblich bei solchen Sachen, auf den Straßen und legen alles in Schutt und Asche. Dort gibt es ja dann noch eine etwas heftigere Streikkultur als hier in Deutschland. Will ich nicht gut heißen, aber zumindest sieht man dort, dass die kürzlich gewonnene Stichwahl von Herrn Macron jetzt im Grunde den Weg ebnet in Richtung Mehrkontrolle und so weiter und so fort. Und wenn wir gerade bei diesem Thema sind, in Italien wird ein Belohnungssystem eingeführt, also ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild, wo liebe Menschen belohnt werden und böse Menschen bestraft werden. Also schöne neue Welt. In diese Richtung geht's. Also mit Volldampf an die Wand und wie vorhin schon gesagt, ja, ganz am Anfang beim Thema Inflation, das Thema Vermögensabgabe wird halt immer aktueller und deswegen liegt es jetzt in deinen Händen, dich vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass man halt an deine Ersparnisse nicht heran kann. Ich habe ganz am Anfang meinen Kurs erwähnt. Wie gesagt, macht Link in der Videobeschreibung. Schau dir das an. Das ist kostenlos, unverbindlich. Gib dir Anregungen und dort kannst du auch gerne meinem Konzept folgen, was ich für mich gewählt habe. Das habe ich nicht erfunden, ich habe es nur ausgewählt. Und ja, damit bin ich jetzt für heute erstmal wieder am Ende. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Freue ich mich riesig drüber. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm gerne einen Daumen nach oben. Schreib deine Meinung in die Kommentare und hinterlass mir gerne ein Abo und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Video wiederzusehen und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage bis bald. Ciao. Tschüss.